Ja, was sonst? Was macht man sonst im Bett? Schlafen. Ist auch gutes Abendtraining. Ja, genau. Kannst auch ein bisschen so trainieren und so. Anstatt ins Fitnessstudio zu gehen. Wie sagt man so von der Zeit? Ich spreche gerade auf Italienisch. Also, das ist dann. Der Max packt es aus und ich hoffe, dass er es nicht kaputt macht. Hello, hello. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme euch heute wieder eine Runde mit. Wir haben gleich einiges vor. Der Max, der möchte mir ein neues Bett zeigen in einem ganz großen Möbelhaus. Da müssen wir erstmal hinfahren. Ich muss natürlich nochmal drüber gucken. Er hat es sich zwar schon angeschaut, er ist schon hingefahren. Und jetzt fahre ich noch einmal mit. Okay, der Max steht schon unten. Der ist schon bereit. Und dazu nehme ich euch wieder eine Runde mit. Mal schauen, was noch so passiert. Ich werde euch auf jeden Fall noch zeigen, was hier drin ist. Das wolltet ihr nämlich sehen. Und da ist auch der Lissandro. Genau, der ist auch bereit. Der kommt auch mit. Der Postbote war auch da. Und zwar hat er uns was gebracht. Zum einen meine neuen Ohrringe. Oh mein Gott. Schaut mal bitte, wie schön die aussehen. Die habe ich mir bei Amazon bestellt. Also das ist jetzt natürlich nur der eine. Der andere liegt hier. Die habe ich mir nämlich schon anprobiert. Die haben, glaube ich, nur 13 Euro oder so gekostet. Oder 14. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und hier haben wir ein Osterpaketchen bekommen von Nintendo. Schaut mal, wie die die Flügel schon hängen. Da muss ich mich auch mal drum kümmern. Jedenfalls haben wir hier was von Nintendo bekommen. Das sieht so aus. Ein schönes Osterkörbchen mit einem Spielaufkleber. Eine Karte. Und ein kleines Osternästchen. Da sind Eier drin und Schokolade. Und da haben wir uns gerade total gefreut, als der Postbote das vorbeigebracht hat. Jawohl. Genau. Und ja, jetzt fahren wir mal los. Ist der Max unten fertig? Ja. Okay, der ist fertig. Hier wollte ich euch noch ganz kurz zeigen, ist meine ASOS-Bestellung aufgekommen. Kann ich euch dann später, wenn wir wieder zurück sind, auch noch zeigen. Jetzt trommel ich mir erst mal die Haare zusammen. Lassi kann ja mal kurz die Kamera halten. Das steht vor mir. Genau. Und dann fahren wir jetzt los und gucken, was noch so passiert heute. Und dann wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video. Und los geht's. Da ist jetzt auch der Max. Der ist nochmal hochgekommen. Hier steht ein großes Paket. Das mache ich dann gerne mit euch gemeinsam auf, wenn wir zurückkommen, falls dann noch Zeit ist, weil ich ja dann wieder ins Büro muss. Also wenn der Max sich beeilt, ne, mit dem Bett, dann kann ich euch auch noch das große Paket zeigen. Also gut. Wer macht heute den Tiersnap? Der Lassi. Ach, der Max muss heute den Tiersnap? Oh, Max. Also, auf geht's. Da ist der Lassi. Okay, jetzt brauchen wir erstmal gescheite Musik hier. Wer ist mit der Halterung? Ich habe hier eine Halterung, aber ich weiß nicht, wie das geht. Das habe ich der Ricard danach gekauft. Der hat mir das empfohlen. Und zwar kann man hier irgendwie angeblich die Kamera draufstellen, damit sich die nicht so die ganze Zeit durch die Gegend bewegt, wenn der Max fährt wie ein Henker. Aber ich weiß nicht. Kriege ich das dann wieder runter? Sollen wir es mal ausprobieren? Okay, wir probieren es jetzt mal aus. Der macht die ganze Zeit so Handbewegungen und tanzt so mit. Hände ans Lenkrad. Ich liebe es. Wir stehen an der Ampel, nur zur Info. Warum, Max? Warum? Beide Hände ans Lenkrad, Max. Was macht ihr da? Deswegen macht der Lässi das gerade. Das sieht ja cool aus da hinten. Naja, aber der Max will ja ein Bett haben. Nicht so eine Muschel. Na, Max? Na, Max? So, wir sind da. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Bett sein soll. Der Max will ja ein Bett haben. Ja, klar, bin ich hier deinen. Eigentlich wäre es perfekt für einen neuen DM-Hall. Was? Das Bett. Für einen DM-Hall? Ja, kann ich gleich schlafen. Ach so, da brauchst du kein Kissen, sondern hast das Bett dabei. Max, was willst du mit so einem Riesenbett in deinem Zimmer? Ja, was sonst? Was macht man sonst im Bett? Schlafen. Warum? Warum? Ich habe heute das schöne Bett gefunden. Ja. So sieht es aus. Aber der Max will es nicht haben. Will ich so kleinste Vorteil. 21. Ja, okay. 21. Scheiße. Ja, okay. Mein Gott. Gehen wir halt noch mal zu dem anderen. Jetzt habe ich noch ein Tolles entdeckt. Und zwar das hier. Okay, denkt euch jetzt einfach mal die Kissen da weg. Aber das ist halt 1,40. Das ist doch super. Und der Max möchte ein 1,80er Bett. Ich meine, der hat schon das größte Zimmer von allen bekommen. Und wenn der sich da noch so ein Riesenbett da reinstellt, das tut er doch mal gar nicht. Verklickert das dem mal, ey. Schreibt das alle in die Kommentare, dass das nicht geht. Ey, voll ätzend. Ohne Scheiß. So, okay, Lisandro, du musst jetzt ein bisschen nach rechts. Was macht ihr? Das ist voll toll, das Bett, finde ich. Schreibt bitte alle in die Kommentare, dass ihr das Bett toll findet. Damit der Max überzeugt ist. Ich finde es voll schön. Das andere ist scheiße. Guck mal, da passen auch 2 Leute gemütlich rein. Das sind aber 3 Leute. 3, warum 3? Es ist voll schön hier. Aber ich darf jetzt nicht weiter gucken. Meine Männer stressen mich. Ich erzähle euch dann zu Hause, was wir jetzt gemacht haben wegen dem Bett. Wir sind wieder zurück vom Möbel shoppen. Es war ein bisschen anstrengend. Ich erzähle euch aber gleich, wie es war. Es war natürlich auch lustig. Ja, und jetzt machen wir erstmal den Karton auf, der unten steht. Der Max holt den jetzt gleich hoch. Viele von euch hatten gefragt, ob ich nicht zeigen könnte, was darin enthalten ist. Vielleicht ist es ja eine Inspiration für euch. Nur so viel dazu. Es ist was ganz Besonderes für den Lissandro dabei. Und da ist auch die feine Bella. Na, komm her. Genau, und deshalb zeige ich euch jetzt, was darin enthalten ist, zusammen mit Max. Und danach zeige ich euch noch die geshoppten Sachen von H&M. Und erzähle euch eben, wie es ausgegangen ist mit Max Bett. Genau, so machen wir es. Also, jetzt holen wir mal den Max. Oh, das ist Glas. Go Max, go Max. Es wird sich mal rüberlachen. Was, dass da Glas enthalten ist? Ja. Wieso hast du es geworfen, oder was? Ich wollte es so gern. Ninja, oder was, Max? Hast du keine Schere gefunden? Verdammt. Jawohl. Sehr. Bella, er hat es geschafft. Er hat es geschafft, der Max. Er hat es geschafft. Schön machte das, Max. Sehr schön. Heber. Schein und Rechnung. Jawohl. So, die Frau hat ja alles kontrolliert. Mal gucken, ob sie das gut gemacht hat, oder was? Ich hoffe. Ich hoffe, dass sie das gut gemacht hat. Sonst werde ich mich mal erkundigen. Wie gemein du bist. Guck mal, wie toll sie das verpackt hat. Sehr schön. Wo ist das für ein Lassi? Wo ist denn das für ein Lassi? Ah, okay, da ist es. Ich sehe es schon. Das ist für ein Lassi. Okay, also ich zeige euch das jetzt ganz schnell. Max, kannst du auch ein bisschen leiser? Ja. Weißt du, für was das ist? Sieht man ja wohl, oder? Das ist für Kräuter, Max. Da kannst du Kräuter reinstellen. Okay, was ist das für ein Kräuter? Da habe ich mir eben was ausgesucht. Das finde ich so schön und voll edel für meine Küche. Kriegst du es hin, Max? Ich denke. Boah. Oh Gott, ist das schön. Ist das nicht gerade leicht? Ist das nicht leicht? Ja. Komm, du hast so Kraft. Ja, stell es da hin. So. Boah, schaut mal bitte, wie schön das aussieht. Oh Mann, die gute Frau hat die Pflanzen vergessen. Ach, der hat die Pflanzen vergessen. Wie hieß sie nochmal? Keine Ahnung. Boah, Max, das sieht so schön aus. Was macht er denn hier? Mega. Ah, der Max hat es drauf. Schau dir mal. Sehr. Jawohl. Oh, das ist voll edel, oder? Mega schön. Und ich würde sagen, das passt auch gut in meine Küche. Ja, das passt gut in meine Küche rein. Ja. Boah, das ist echt voll schwer. Der Max hat recht gehabt. Oh, Hilfe. Ich stelle es nochmal ab. Das ist noch für den Max. Ich habe für den Moritz sein Zimmer auch eins bestellt. Da kommen wir gleich dazu. Der Max hat jetzt gerade das ausgepackt. Und zwar schaut mal, wie schön das aussieht. Und das packt man sich dann so in den Topf. Und ja, gießt Wasser rein. Und dann muss man seine Pflanzen quasi nicht ständig gießen, weil das hier unten das Ton dann Wasser abgibt. Also auch richtig schön. Jetzt packen wir mal das hier aus. Aber das sehe ich schon, dass mir das super gut gefällt für dein Zimmer. Hm, freue ich mich. Anna? Ja. Voll edel. Ey, das gefällt mir so gut, Max. Gefällt es dir auch? Meintest du ja für dein Zimmer? Wunder. Genau, schaut, so sieht das aus. Also da unten ist so ein Halter. Und dann kommen diese Seile, Bändel, keine Ahnung, die kommen dann dran. Der Max macht das jetzt mal. Auf jeden Fall sieht das so dann aus. Könnt ihr das erkennen? Voll edel, oder? Man könnte das natürlich auch in die Küche hängen, weil da gerade Basilikum ist. Aber ich wollte das für den Max sein Zimmer. Mit einer schönen Pflanze. Und dann hängt man die da so ein, genau. Cool. Da kommt wieder die Bella angetippelt. Bella, willst du auch zugucken? Hm? So, kann ich loslassen? Dsch. Boah. Gefällt es dir? Ja. Ist auch gutes Armtraining. Ja, genau. Kannst auch ein bisschen so trainieren und so. Ja. Hm? Anstatt ins Fitnessstudio zu gehen. Schön. Voll schön. Und das hatte ich eigentlich auch noch für Moritz. Ach, das ist gar nicht dabei. Hm. Oder war noch ein Karton da? Nö. Schaut mal, jetzt habe ich gerade was voll Süßes ausgesucht. Oh, sind die nicht süß. Kann man das erkennen? Das ist so hochwertig. Das ist wie so ein Milchglas. 9,95 Euro kosten die nur. Ich finde, das geht voll klar, oder? Für knapp 10 Euro sowas Süßes. Und dann kann man zum Beispiel hier auch so Kräuter reinmachen. Oder halt eine kleine Pflanze. Schaut mal. Dann kann man das zum Beispiel auch verschenken. Oder in der Küche auf dieses Fensterbrett stellen. So mehrere. Das habe ich auch noch in schwarz. Und die kann man auch beschriften. Mit Kreide zum Beispiel. Weil die sind so angeraut. So matt. Genau. Für 9,95 Euro. Ich habe übrigens auch einen Rabattcode bei Leonardo. Und der gilt schon seit Januar, glaube ich. Also der gilt schon ewig. Und der wird auch noch eine ganze Weile für euch gültig sein. Rossella C nennt er sich. Da könnt ihr 10% sparen. Und mir war das halt einfach wichtig, dass ihr da eben eine Ersparnis habt, die nicht limitiert ist. Also wie sagt man so? Ich spreche gerade auf Italienisch. Also dass es da halt so eine Zeit gibt, in der man das nur anwenden darf. Also diesen Rabattcode. Ne, so ist es nicht. Der ist wie gesagt noch eine ganze, ganze Weile gültig. Was richtig cool ist. Und da könnt ihr Geld sparen. Nein, ich werde nicht am Umsatz beteiligt. Was natürlich schade ist. Aber so ist es halt. Ich konnte halt den Rabattcode für euch ausschlagen noch. Ja, da habe ich mich gefreut. Und jetzt packen wir mal Lissandros Überraschung aus. Ein kleines Geschenk für den Lissandro. Der Lissandro ist nämlich unser Gärtner hier. Und da habe ich was richtig Cooles entdeckt. Eben bei Leonardo aus dieser Serra-Reihe. Der Max packt es aus. Und ich hoffe, dass er es nicht kaputt macht. So, und zwar ist es ein kleines, wie so ein kleines, ja, naja, Gewächshaus will ich nicht sagen. Die haben auch so ein Gewächshaus, so ein etwas größeres. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich habe mich dann letztendlich dafür entschieden, schaut mal bitte, wie edel das aussieht. Boah, das sieht voll edel aus. Das ist eben Glas, ne? Leonardo Glas, macht ja auch Sinn. Und dann kann man hier eben so kleine Behälter reinpacken. Zum Beispiel Kresse, Zähne und ich freue mich schon, mit dem Lissi das zu machen. Hier ist zum Beispiel Minze und Petersilie drauf. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. So sieht das jetzt aus. Und der Lissi freut sich bestimmt. Kräuterbox nennt sich das, genau. Im puristischen Design. Ich würde mal sagen, das passt zu unserem Haus, oder? Im Bauhausstil. Wir haben ja puristisch gebaut. Genau. Aber ich bin mal gespannt, was der Lissi dazu sagt. Ich freue mich. Ja. Und das war also alles, was in dem großen Karton war. Also, jetzt räume ich das alles weg und zeige euch meine H&M-Errungenschaften, beziehungsweise noch Zara und Asos. Genau. Das wird ein langes Video, glaube ich. Macht nichts. Ihr wünscht euch ja immer lange Videos. Und ich erzähle jetzt noch von deinem Bett. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, wir werden viel Spaß haben. Gehst du jetzt, oder was? Ja. Jappi. Und was ist mit dem ganzen Sauerstall hier? Ja, du musst auf die Arbeit. Ach, du musst auf die Arbeit. Okay. Also gut, dann räume ich das alleine weg und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe gerade in diesem Karton hier gesehen, dass das Teil noch drinnen war. Das kommt hier rein. Und dann kann man eben die kleinen Töpfe hier drauf stellen. Also, ich habe das irgendwie falsch verstanden mit dem Gewächshaus. Das ist nur eine Kräuterbox. Also, das andere, was ich auf der Internetseite gesehen hatte, das hatte auch noch so einen Deckel. Und da konnte man eben pflanzen, säen, beziehungsweise, ja, wachsen lassen. Das ist dann halt wie so ein kleines Gewächshaus. Genau. Okay, aber jetzt räume ich wirklich mal alles schön weg und dann sehen wir uns gleich. Und jetzt habe ich gerade noch was entdeckt hier in diesem Karton. Und zwar war hier Kreide drinnen. Hätte ich euch ja gesagt, dass man diese hier dann so beschriften kann mit Kreide. Das hatte ich eben auf der Internetseite auch gesehen. Ich wusste aber nicht, dass die Kreide auch mit dabei ist. Richtig cool, oder? Also, wie gesagt, für knapp 10 Euro. Hier ist noch die Kreide. Richtig cool. Also, das sind auch so mit meine Lieblinge. So, da bin ich. Ich hoffe, das geht jetzt vom Licht her. Ich habe jetzt eine Softbox angemacht. Also, draußen ist es halt super dunkel. Ich habe jetzt natürlich die Jalousien hochgemacht und so. Aber wir haben es schon kurz nach 8. Deswegen, ja, sorry fürs Licht. Es wird jetzt keinen normalen Fashion Haul von mir geben. Normalerweise habe ich ja immer ein Set und baue alles schön auf. Und dann habt ihr einen schönen Hintergrund und so weiter. Das wird es jetzt heute nicht geben. Denn das schaffe ich zum einen nicht. Und zum anderen sind die Sachen top aktuell. Also, falls euch irgendwas gefällt, dann könnt ihr sofort losgehen. Oder eben online shoppen. Und das ist jetzt einfach ein Ticken einfacher. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass es jetzt eben nicht perfekt vom Licht her ist. Aber ich zeige euch jetzt ganz geschwind die Sachen. Und zwar einmal von Zara. Und zwar ist es dann letztendlich doch diese Hose hier geworden, die ihr im letzten Video gesehen habt. Da habe ich sie euch ja kurz gezeigt in der Umkleidekabine. Ich habe mich für XS entschieden. Obwohl die auch noch ziemlich weit ist und so. Aber die werden halt so getragen. Und mein Bruder hat gesagt, als ich ihn besucht habe, Oh, hast du vergessen, dein Pyjama auszuziehen? Nein. Das ist so typisch, mein Bruder. Echt. Dann habe ich mir diese Bluse hier mitgenommen. Da habe ich mich dann auch für XS entschieden. Denn bei der S war es so, dass dieses Top, das im Übrigen mit reingenäht wurde, was ich richtig genial finde, also dieses Spitzentop hier, das ist mir zu weit nach unten gerutscht. Und das war mir tatsächlich ein bisschen zu freizügig, wenn ihr versteht, was ich meine. 29,95 Euro kostet diese Bluse. Und die ist so, so schön. Ich bin mir schon total sicher, dass das eine meiner liebsten Blusen werden wird. Weil die ist einfach total hochwertig, super angenehm, vom Stoff und super edel. Und für den Preis, ja, musste sie mit. Und die Hose hat übrigens 19,95 Euro gekostet. Dann habe ich mir den Rock hier mitgenommen. Den Fake Rock. Denn eigentlich ist es eine kurze Hose. Jawohl, so sieht es aus. Ein richtig schöner Stoff. So ein Velour. Ganz, ganz weich. Für 25,95 Euro. In XS. Ihr habt es gesehen, als ich euch mitgenommen habe. Zu Zara war mir S viel zu groß. Also ganz komisch. Die hier habe ich mir jetzt noch nicht anprobiert. Ich hoffe, dass sie passt. Weil ich finde es super schick und sehr edel. Eben hier vorne auch mit den beiden Knöpfen. Und hier, ja, man denkt halt, es wäre ein Rock von vorne. Und es ist halt sehr kurz. Aber hinten kann man dann erkennen, dass es eben eine kurze Hose ist. Dann war ich ja bei H&M. Und da kann ich euch ein Schätzchen zeigen. Da weiß ich jetzt schon, dass es auch eins meiner Liebsten werden wird. Super edel. Ich finde, dass zu schwarzen Haaren rot super gut passt. Und deshalb dürfte dieser Off-Shoulder-Pulli mit. Okay, in der Kamera kommt er jetzt richtig krass blutrot rüber. So rot ist er jetzt gar nicht. Aber trotzdem ein richtig schönes Rot. Ganz, ganz kuschelig, weich. Und mit diesem Off-Shoulder, das mag ich ja sowieso total gerne. 24,99 Euro habe ich dafür bezahlt. Und der ist jetzt auch gar nicht so lang, aber auch nicht zu kurz. Was ich natürlich dann nicht tragen würde. Ja, der gefällt mir total gut. Und dann habe ich mir noch was im Sale mitgenommen bei H&M. Und zwar diesen Pulli hier für 20 Euro von 39,99. Der sieht so aus. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich mir den noch nicht anprobiert habe. Also ich muss dann mal gucken, ob er mir überhaupt passt. Weil ich habe M genommen. Ich habe mir das halt so als Oversize vorgestellt. Mit einer Leder-Imitat-Leggings oder einer anderen Leggings. Und so Chelsea-Boots oder halt andere Boots. Und da dachte ich, sieht das vielleicht ganz gut aus. Dann vielleicht so eine grobe Weste drüber. Ja, so ist jetzt meine Vorstellung. Aber ich kann euch noch nicht zu 100% sagen, dass ich den Pulli hier behalten werde. Dann habe ich mir noch eine Hose mitgenommen. Und zwar sieht die so aus. Eine mit Bügelfalte. Sieht sehr elegant aus. Da könnte man jetzt einfach ein graues T-Shirt zum Beispiel anziehen. Und einen Blazer. Da ist, dass hier noch so gelb mit drin ist. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Wahrscheinlich nicht so gut. Na, sorry für diese Lichtverhältnisse. Es tut mir auch echt voll leid. Das seid ihr jetzt nicht so gewohnt von mir, ne? Aber ja, ganz großes Sorry. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Jedenfalls ist hier so ein bisschen ein gelber Ton noch mit drin. Und das finde ich richtig cool, wenn ich jetzt ein gelbes T-Shirt finde. Oder natürlich ein graues oder ein schwarzes. Oder eine Bluse. Was auch immer. Also ich bin super gespannt, ob die mir dann noch angezogen so gut gefällt, wie so, wenn sie da liegt. 24,99 Euro habe ich dafür bezahlt. Und eben top aktuell bei H&M. Und da gibt es übrigens auch den passenden Blazer dazu. Aber den wollte ich dann nicht dazu nehmen. Dann habe ich mir einfach nur ein Basic-T-Shirt mitgenommen. Das sieht so aus. Mit so einem Rundhals für 4,99 Euro. Passend dazu habe ich mir was Lustiges mitgenommen. Und zwar hatte ich allerdings meine rote Bershka-Jacke an. Und dann haben ganz, ganz viele auf Instagram gesagt, Heidi, nimm das unbedingt mit. Auch wenn du sagst, du hast kein Mützengesicht. Das ist jetzt eher eine Kappe. Ich kann sie mal aufsetzen. Und ich finde halt nicht, dass mir sowas steht. Aber ich fand es total witzig. Und das sieht halt sehr sportlich aus. Als würde man Sport treiben. Und nein, ich treibe nicht so viel Sport. Mein Sport sind diese Treppen hier jeden Tag hoch und runter. Jedenfalls fand ich die Kombi richtig gut. Oder halt mit einem roten T-Shirt. Finde ich auch sehr, sehr cool. Neun, nee, 12,99 Euro, genau. Vielleicht, wenn ich mal mit der Bella-Gassi gehe oder so. Also ich werde es auf jeden Fall tragen. Und ihr habt mich dazu, wie sagt man auf Deutsch, mutigt. Ja, also ihr habt halt gesagt, kauft ihr die. Die sieht gut aus. Deutsche Sprache und so. Dann habe ich Socken für meine Männer mitgenommen. Und was richtig, richtig Tolles. Und deshalb drehe ich heute auch dieses Video ab, weil es ganz, ganz viele tolle Produkte gibt, die... Oder Produkte, ja. Klamotten halt. Die im Sale sind. Ja, Produkte. Es gibt ja auch Ketten und so bei H&M und Taschen und so. Und Handschuhe. Ja. Jedenfalls sind schon ganz, ganz viele Sachen reduziert. Und auch dieses Schätzchen hier. Und da haben mich auf Insta auch ganz, ganz viele gefragt, wo der denn her ist. Ja, es ist dieser Schal hier. Das sieht jetzt zu dem Pulli vielleicht nicht ganz so ideal aus. Aber ich habe ja einen grauen Mantel. Der ist von Zara. Und ich finde, das passt so gut. Der ist so edel. Und der ist ganz weich. Und ja, vom Stoff her einfach richtig, richtig hochwertig. Und der hat tatsächlich nur 7 Euro gekostet von 14,99 Euro. Genau. Hier sind meine Kassenzettel. Und deshalb wollte ich euch auch dieses Video abdrehen. Also das war es jetzt von meinem Shopping Haul. Beziehungsweise ich habe noch die Asos Bestellung, aber die ist nicht komplett. Das würde ich euch dann einfach im nächsten Video zeigen. Und meine Ohrringe, die liegen hier auch noch. Genau, die habe ich euch ja vorhin gezeigt. Die haben 13,99 Euro gekostet. Also habe ich dafür bezahlt. Und ich finde die so hochwertig und so edel. Ich freue mich halt echt voll, dass ich mir die bestellt habe. Kann ich euch mal unten in der Infobox verlinken. Ich werde versuchen, alle Produkte rauszusuchen und euch unten reinzupacken, dass ihr einfach nur auf den Link müsst, damit ihr nicht lange suchen müsst. Genauso wie die Leonardo-Sachen, diese Serra-Reihe, die ja ganz neu ist bei Leonardo, werde ich euch auch versuchen, alles rauszusuchen und unten in der Infobox zu verlinken. Denkt an meinen Rabattcode, dann könnt ihr Geld sparen. Und das war es jetzt eigentlich soweit von dem Video. Nein, Quatsch, ich habe euch ja gar nicht erzählt von dem Bett. Also letztendlich, das habe ich jetzt total vergessen. Oh mein Gott, dieses Video wird so lang, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, aber ich denke, das ist eine gute Abwechslung. Am Donnerstag kam ja ein Video, das ging nur 13 Minuten. Und dieses hier wird es sehr lange gehen. Ja, aber es ist ja Sonntag, da passt es vielleicht ganz gut bei euch. Also ich hoffe es. Jedenfalls wegen dem Bett. Ich konnte den Max überzeugen. Ich rede deswegen auch so schnell. Sorry. Also ich konnte den Max überzeugen, doch nicht dieses riesengroße zu nehmen. Das finde ich so schrecklich. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war halt im Angebot und deswegen wollte ich das, glaube ich, haben. Jedenfalls wäre das viel zu groß gewesen. Und ich konnte ihn dann überzeugen, das letzte Bett letztendlich jetzt zu bestellen, das ihr zuletzt gesehen habt. Das war mit 799 ausge... wie sagt man? Also war halt ausgezeichnet mit 799. Aber das ist ein Ausstellungsstück. Und wenn wir das jetzt neu bestellen, muss er in neun Wochen warten und es ist nochmal deutlich teurer. Aber das war es uns jetzt wert, weil das Bett dort in der Ausstellung besteht halt schon zwei Jahre. Hi Bella. Und deswegen haben wir uns dagegen entschieden, weil man weiß ja nie, ne? Also da waren ja auch zig Leute schon drauf gelegen und haben das eben angefasst. Und ja, dann haben wir uns eben dafür entschieden, dass er das neu bestellt. Und jetzt muss er halt neun Wochen warten. Aber er hat ja dann auch Geburtstag zu der Zeit und dann passt das eigentlich ganz gut. Ja, soviel zum neuen Bett für den Max... den Maximilian. Der hasst das, wenn ich das sage. Genau. Okay, meine Lieben. Also, dann hoffe ich, dass euch dieses lange Video gefallen hat. Lasst mich das gerne wissen, ob euch das jetzt zu lang war. Und dann würde ich mich freuen natürlich über euer Feedback. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Osterfest gemeinsam mit eurer Familie. Geht schön in den Garten und sucht Ostereier. Esst lecker, bastelt was Schönes oder backt was Schönes mit den Kindern oder mit der Mama eben, mit euren Geschwistern. Und habt einfach ne richtig schöne Zeit. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Abonnieren ist kostenlos, nicht vergessen. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Frohe Ostern! Tschüss! 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 Tschüss!